Und deshalb ist es uns ganz wichtig, dass der Abschied von einem geliebten Menschen allen in würdevoller Erinnerung bleibt. Gerade beim letzten Gang auf Erden sollten wir aus unserer Trauer Kraft schöpfen können. Stopp! Schluss! Aus jetzt! Deine Mutter war die letzte Furie. Die hat uns das Leben zur Hölle gemacht. Und ich bete zu Gott, dass die alte Kackbatze da in diesem Moment auch schmort. Bis hier in der Scheiße schwimmend. Also können wir uns bitte diese ganze verlogene Pietät sparen und den Kadaver einfach nur irgendwie gesetzeskonform entsorgen. Bitte. Ja, wo meine Frau recht hat, hat sie recht. Also meine Mutter war wirklich ein bisschen schwierig. Ja gut, dann kommt vielleicht eine kostengünstige Urnenbestattung in Betracht. Die Urnen haben wir hier drüben. Wenn Sie mal mit mir hier rüberkommen wollen. Die hier wäre ganz passend. Was kostet die denn? Das ist unser Mülleimer. Den nehmen wir. Der passt zu deiner Mutter. Preis ist egal.